Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über Klick-Tipp geschrieben welches er mit 4,2 Sternen bewertet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut erfährst du jetzt. Hallo lieber Online-Marketer, hast du auf deiner Webseite schon angefangen E-Mail Adressen zu sammeln? Falls nicht, solltest du spätestens nach diesem Review damit anfangen. So gelingt es dir nicht nur deine Leads und Sales zu steigern, sondern auch Traffic auf Knopfdruck zu erzeugen bzw. Geld auf Knopfdruck zu verdienen. In diesem Erfahrungsbericht möchte ich mal etwas genauer auf meine persönlichen Erfahrungen mit dem wohl bekanntesten E-Mail Marketing Tool Klick-Tipp eingehen. Hierbei handelt es sich um ein cleveres, taktbasiertes E-Mail Marketing Tool. E-Mail Marketing ist die Königsdisziplin im Online Marketing, denn ob ein Kunde kaufen wird oder ob du ihn für immer verlieren wirst, hängt von nur einer einzigen E-Mail ab. Natürlich kommt es hier größtenteils auf bestehende E-Mail Marketing Regeln an. Allerdings ist die Wahl des richtigen E-Mail Marketing Anbieters noch viel wichtiger. Seien wir mal ehrlich, was nützt einem auch die beste E-Mail, wenn sie möglicherweise im Span-Order landet oder nicht zu 100% zum Kunden passt? Ich schreibe die ganze Zeit über taktbasiertes E-Mail Marketing. Doch was ist das genau? Tag ist Englisch und bedeutet so viel wie Etikett oder Markierung. Beim tagbasierten E-Mail Marketing wird der Empfänger der E-Mail mit einem Etikett versehen. Auf diesem Etikett werden die wichtigsten Informationen hinterlegt. Durch solche Tags erhält man wichtige Marketing-Informationen über seine Kunden und kann somit spezielle E-Mails an sie versenden. Du kannst also bestimmen, dass wenn ein Kunde bei deiner letzten E-Mail auf einen bestimmten Link geklickt hat oder eben nicht, er eine bestimmte E-Mail danach erhalten soll. So gelingt es dir also auf spezielle Kundenwünsche einzugehen und sogenannte Verkaufstrichter aufzubauen. Außerdem brauchst du keine lästige E-Mail-Liste mehr pflegen und Mühe voll neue E-Mails in eine bestehende E-Mail-Liste hinzufügen. Virtuelle Anhängeschilder statt Listenchaos. Klick-Tipp ist die erste lehrende E-Mail Marketing-Lösung und mit ihr ist man in seiner Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Welche Vorteile bietet dir Klick-Tipp im Vergleich zu anderen Anbietern. Das komplette System ist auf Deutsch und bietet deutschem Support. Das bedeutet, dass man sich bei der eventuellen Probleme schnell und unkompliziert mit dem Klick-Klick-Team Verbindung setzen kann. Mit dem E-Mail Marketing-Tool bist du recht auf der sicheren Seite. Durch ein Double-Up-In-Verfahren stellst du sicher, dass deine Leser auch E-Mails von dir erhalten wollen. Denn in Deutschland ist es nicht gestattet, ungefragt Inhalte zu verschicken. Du brauchst vorher die Einwilligung des Empfängers. Es wird nach jeder E-Mail-Eintragung eine Mail mit einem kurzen Bestätigungslink an den entsprechenden Nutzer gesendet. Dieser kann problemlos in jedem E-Mail-Programm angezeigt werden. Klick-Tipp ist auf lange Sicht deutlich rentabler als irgendwelche Konkurrenzprodukte, wenn man sie überhaupt so nennen kann. Denn es ist gerade für Internet-Marketer entwickelt worden, die mit großen Listen arbeiten. Man bekommt übersichtliche und umfangreiche Statistiken im Backend angezeigt und kann so seine E-Mail-Kampagne zu 100% auf das Verhalten und die Interessen der eigenen Kunden abstimmen. Der einzige Nachteil, der mich persönlich stört, dass man keine fertigen Templates auswählen kann bzw. mit einem Template-Editor arbeiten kann. Es gibt lediglich einen Text-Editor und einen HTML-Editor. Denn Klick-Tipp ist hauptsächlich für Text-E-Mails konzipiert worden. Deshalb gebe ich dieser Software nur 4 Sterne. Für wen ist das E-Mail-Marketing-Tool geeignet. Es ist hauptsächlich für Online-Marketer gedacht, welche Auto-Respooner-E-Mails versenden, Infoprodukte oder digitale Kurse versenden möchten. Weißt du, was Chris Delius, Markus Luswarek, Seid Schindipur und Affiliate-König Ralf Schmitz gemeinsam haben? Sie alle nutzen Klick-Tipp und sie alle erzielen extrem hohe Umsätze durch E-Mail-Marketing. Zufall? Ich glaube kaum. Sie sind alle ausnahmslos zufrieden und haben durchweg gute Klick-Tipp-Erfahrungen gemacht. Klick-Tipp-Alternativen. Eine wirkliche Alternative zu diesem E-Mail-Marketing-Tool gibt es meiner Meinung nach nicht wirklich. Denn keine E-Mail-Marketing-Software besitzt dieses einzigartige und smarte Tech-System. Mein persönliches Fazit zu meinen Klick-Tipp-Erfahrungen. Ich selber habe mit der kostenlosen Alternative Mail-Chimp angefangen. Je noch bin ich relativ früh auf Klick-Tipp umgestiegen. Als ich sah, dass so gut wie jeder Internet-Marketing-Profi aus dem deutschen Raum auf diese Software schwört, war für mich klar, du brauchst Klick-Tipp. Mittlerweile möchte ich es auch gar nicht mehr missen, denn Tech-basiertes E-Mail-Marketing ist dem Listen-basierten E-Mail-Marketing um Längen voraus und geht speziell auf Kundenwünsche und Kundeninteressen ein. Autoresponder sind schnell und einfach erstellt und rausgeschickt. Ein entscheidender Vorteil von diesem E-Mail-Marketing-Tool ist die einfache und schnelle Installation in bestehende Websites. Ganz egal, welcher Baukasten zum Einsatz kommt, egal ob WordPress, Joomla oder Drupal. Einfach installieren, Opt-in-Formular auf der entsprechenden Seite platzieren und schon geht es los. Lohnt es sich in Klick-Tipp zu investieren? Definitiv ja! Ich selber bin nun seit gut einem Jahr im Internet-Business tätig und habe schon von Anfang an angefangen, E-Mail-Adressen zu sammeln, auch wenn ich anfangs nicht wirklich wusste, was ich damit eigentlich soll. Meine Kunden kann ich wieder und wieder damit erreichen und eine tiefe Kundenbindung aufbauen. Ich kann ihnen spezielle, auf den Kunden zugeschnittene E-Mail zukommen lassen und sozusagen auf Knopfdruck Geld verdienen, egal wo ich gerade bin. Für mich hat es sich das E-Mail-Marketing-Tool bereits tausendfach ausgezahlt. In der ganzen Zeit, wo ich das E-Mail-Marketing-Tool schon benutze, war ich durch die Bank weg begeistert. Man wird tatkräftig unterstützt durch jede Menge Schulungsmaterial und Video-Tutorials und ich habe den Eindruck bekommen, dass hier wirklich der Kunde König ist. Wenn du auf der Suche nach einem Newsletter-Service auf höchstem Niveau bist, dann ist das E-Mail-Marketing-Tool genau das Richtige für dich. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de